Der universale Achshebel ist eine echte Erleichterung im Werkstattalltag. Er ist geeignet für die verschiedensten Formen von Dreieckslenkern und die Benutzung des Werkzeugs ist ohne einen zweiten Mann möglich. Die Anwendung des Universalachshebels ist genial und einfach. Und zwar hänge ich mich mit dem Haken hier unten im vorderen Bereich ein, Hilfsrahmen zum Beispiel oder irgendwo auf der anderen Seite im Achskörper. Hiermit stütze ich mich in der Nähe des inneren Gelenks vom Dreieckslenker ab und mit der Kette gehe ich vorne über den Dreieckslenker drüber. Dann habe ich hier die Spindel und über die Spindel kann ich diesen Arm hier nach unten ziehen. Somit ziehe ich jetzt meinen kompletten Dreieckslenker nach unten und ich schaffe mir hier in dem Bereich Platz, um zum Beispiel Antriebswellen zu wechseln, Stoßdämpfer und so weiter.